Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem Kachelator, da sind wir wieder mit American Mackies Alice im Irrgarten. Gegner über Gegner, wir versuchen irgendwie rauszukommen. Hier sind so viele Trigger für Gegner, so arsch viele, die niemals aufhören. Aaaaaah, sag nicht, das hat was mit diesem nässlichen Kind zu tun. Are you fucking kidding me? Ich brauch das fucking Kind. Da kameru behind die. Da! 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 Und dass er mir perfekt hinterher rennt, ist ein Wunder. So muss eine KI gehen, genau so. Na, vielleicht nicht ganz genau so, aber... Das verfolgen auf jeden Fall, so muss das funktionieren in einem Spiel, dass er dir exakt hinterher rennt. Auch wenn er total behindert ist. Und im Ernst, wir haben es langsam kapiert, ihr habt Jabberwookie-ähnliche Stäbe. Wir haben es kapiert. Aber wenn ich jetzt gerade echt nicht mehr weiß, wo ich hier lang muss. Hauptsache, Beni rennt mit er her. Beni? Hab mal weniger Anfälle. Kommen wir hier durch? Wer ist da hier irgendwo? Boah, ich hasse... Ich hasse wirklich dieses Scheiß. Ihr, ey. Hör auf zu schreien! Meine Fresse, gehst du auf Piss. Ich versuche hier nachzudenken. Irgendwas ist nicht möglich, den Weg zu finden. Alter, glaubst du, ich kann mich nur ein Zentimeter konzentrieren, wenn du mir in der Zeit in die Ohren schreist? Nein! Boah, was haben sie denn mit Absicht gemacht? Was haben sie mit Absicht gemacht? Werfe ich jetzt den Entwicklern vor? Allein schon, dass du den beschissenen Irrgarten hast und dass der Bug irgendwie in die Ohren schreit. Das haben sie mit Absicht gemacht. Boah, im Ernst, das haben sie mit Absicht gemacht, dass du dich unmöglich konzentrieren kannst, dass du ständig schießt, dass das ja irgendein Gegner gleich kommt. Warte, der Scheiß guckt sich, wie ich in die Fresse brille. Wir sind ja falsch. Bitte, hör auf zu schreien. Warum kriege ich den Behindie? Warum kriege ich ihn? Warum hat er Platz da? Mann, ich kann mich echt nicht interessieren mit dem Typen. Scheiße, zieht sich da schon mal wirklich starb viel Leben. Scheiße, zieht sich da schon mal wirklich starb viel Leben. Warum haben wir das Linie eingefroren? Warum haben wir das Linie eingefroren? Warum kannst du mir nicht helfen, ey? Ich glaub hier lang, ich glaub das jetzt einfach mal, nein, Alter, ich weiß nicht wo lang, hehehehehehe, wahrscheinlich ganz dritten Idiot. Leute. Ich weiß nicht wo lang. Ich hab' viele lang. Das ist ein Gegner, da ist schon einer aufgeschrieben. Ja, ich glaube hier dann. Im Klassenbester bist du nicht mehr, Bendy. Boah, ja, übertreib! Übertreib doch mal! Komm auf mich! Hich! Ah, ihr sind halt. Kann er nicht mit mal wahr sein hier? Bendy, wir haben es gleich. Oh, und er schreit weiter. Kommst du auch hier durch? Ja, kommt hier durch. Jetzt nicht mehr. Weil er klatschen musste. Stell dich dahin! Dahin! Sein braver Bendy! Endlich! Alter, dieses Level, ey! Terror in der Luft. Nein, bitte nicht. Nicht das, was ich denke. Oh, verdammt! Lass dich auf den Dämpfen treiben wie ein Falke! Verdammt! Oh, verdammt! Ah! Oh, verdammt! Ah! Die Musik ist herrlich, aber ich sehe schon, dass die Systeme schon aufgebaut ist. Ich sehe das jetzt schon. Und mit miesen Fallen gespickt. Meine Fresse, ich wusste es. Scheiße, ich bin jetzt auf die Tasse gekommen, aber... Bist du Kashi, bist du. Lass dich auf den Dämpfen treiben wie ein Falke. Oh, von dem Ganzen sitzen wir langsam aufs Beine. Im Ernst. Im Ernst, mir tut langsam echt das linke Bein weh. Einfach nur, weil du hast hier nichts zu tun, Alter. Bist schon den ganzen Tag auf Bewegung. Ich merke, kein Quicksave in der Luft. Nicht mal auszusehen. Jetzt aber. Da kann es ja nicht in der Luft gespawnt werden. Das geht ja nicht. Geht ja nicht, wenn sich nichts initialisiert hat hier. Deinem Laden. Also, ne. Lass ist da so gesehen, die erste, die gerendert wird. Ne. Kannst du nicht mal. Oh, du kommst aus der Wand. Ich habe es genau gesehen. Du Wandschleicher. Ey, ihr wollt mich quälen, Leute, ne? Ich habe es doch richtig gehört. Dieses Spiel will mich quälen. Und wie es mich langsam quälen will. Darum ist ein Tor. Frage, wie kommst du da hin? Antwort? Keine Ahnung. Oh nein. Ey, Spiel. Willst mich quälen? Wir hätten es gerade so gut geschafft, ne? Vergessen zu springen. Wir haben es gerade so gut geschafft, beständig mit Geschwindigkeit hier durchzurasen. Und tschüss. Was. Diese Pusten Raupenköpfe, ey. Werden sagen Noch einer So einer Omo, okay Was greift mich hier an? Ach, jetzt ist es beidseitig Ich habe keinen Bock mehr Gehselhafter Wahnsinn Was zur Fick in den Hölle? Oh Gott, wo bin ich denn hier? Oh, nicht schon, nein, nicht schon wieder so einen Irrgarten Komm schon Spiel Weißt du, mögen uns beide nicht, aber nicht schon wieder in den Irrgarten Aber der Turm ist cool Auch wenn er aus dem riesigen Wasser hat Ich glaube, das ist sogar ein riesiger Wasserhahn Na, werde ich hier wieder zugeschissen mit Gegnern? Ja, wirst du Von allen Seiten Ey, ich habe so hart keinen Bock mehr auf Irrgarten Ja, ich habe so viele Untertitelung des ZDF, 2021 Ach, langsam scheiße, da ist er. Alter, ich brauch echt einen Zwerer-Account hier. Ich bin jetzt in meinem Kreis geschwommen. I'm fucking kidding me. Ich hab immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Im Ernst, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich hier soll. Außer angesprungen zu werden. Entweder ist es die Musik, oder irgendwas tappert hier. So wie verrückt. Tapptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptap. Nein, ich dachte, ich hab dich getötet. Diese Sack gerade. Habe ich schon. Es kommt echt vom Spielerstappern hier, aber nicht von irgendwo hier. Boah, Mann, diese Gegner-Fuck geht mal so lange mal auf dem Piss. Und dass es nicht weniger werden, das nervt mir auch langsam. Im Ernst, ich höre das, ich habe keinen Bock mehr. Und ich sage das offen raus, okay, weil ich schaue. Ich sage das ganz offen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiß-Ihrgarten-Thematik. Ich weiß nicht, ob ich hier lang muss. Ich weiß das nicht mal. Auf jeden Fall geht mir diese Flut an Gegner langsam richtig auf den Sack. Oh, hey, du kommst nicht weiter. Wow. Wow. Und ich weiß immer noch nicht, wo lang. Hm. Und das Spiel sagt das mir auch einfach nicht. Na, hier ist eine Felswand. Denkst du, da kommst du ja weiter? Nö, jetzt ist nur eine billige Spiegelung. Meine Fels, hier kommt man hoch. Boah, Alter, dieses Spiel, ey. Kostet mich noch sämtliche Nerven. Das sind schon wieder Fische. Wo immer die hergespawnt kommen, ne? Aber das sind schon wieder. Na dann noch gut. Tsch. Meine Fresse, ne, ey. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo lang. Nicht den kleinsten. Aber ich vermute, was das aufgeht. Oh nein. Natürlich sind hier des Hutmachers Schergen. Stimmt, du muskulöser Basterd. Ich weiß nicht, wenn ich mir sogar unsicher habe, habe ich mir diese Träger selbst eingebauten oder nicht? Oder war das eben echt wirklich schon so hart? Ich bin mir da vollkommen unsicher. Obwohl, mich würde es nicht mehr wundern, wenn ich da Scheiße gebaut habe. Mein Hallo, sowas habe ich drauf. Oh, Alice, der steckt gleich. Komm mal bitte nicht hier, du sollst weiter. Kleine tödliche Prinzessin. Super geworfen, Alice. Das hast du gut gemacht. Hat er mich gerade versucht, mit seiner Scheißzunge zu sich zu holen? Unfassbar. Habt ihr das gesehen? Wie da so eine kleine, dünne Fadenzunge an mich ranschoss? Wir haben schon gleich 30 Minuten. Scheiße, Alter. Auf jeden Fall, Leute. Wir machen das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Kashi. Ich habe die Zeit total vergessen. Tut mir leid. Hab euch lieb. Das war schön. Und klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.